Hi, hier ist der Alex und der Stefan vom Monatsmob. Ein neuer Monat ist da, wir werden anderen Menschen eine Freude machen und du erhältst Inspiration in dieser Folge. Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten. Guten Tag. Grüß Gott, im März, in dem März, in dem die Abstimmung ergeben hat, dass wir anderen Menschen eine Freude machen werden. Genau, das ist die schöne Anknüpfung an unser Februar-Thema, wo wir gelächelt haben und natürlich auch weiter lächeln werden. Und ja, was ist dein Warum, warum wir jetzt andere Menschen eine Freude machen, Alex? Also wir haben beide im Vorgespräch schon herausgefunden, dass wir auch große Überschneidungen haben, weil für mich ist es irgendwie die Fortführung von dem letzten Thema auch, wo es ja ums Anlächeln ging, fremde Menschen anlächeln und das kann man jetzt natürlich noch fortführen, indem man die nicht nur anlächelt, sondern sie dann auch anspricht und irgendwie eine Kleinigkeit an ihnen lobt. Was auch immer das sein mag, ich bin da schon mal drauf eingegangen in einer der letzten Folgen. Man kann sagen, super, super Tasche ist jetzt vielleicht als Mann etwas komisch, das ist eher so eine Sache zwischen Frauen. Oder ja, keine Ahnung, irgendwas, was halt auffällig ist. Es sollte aber schon ernst gemeint sein und jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen. Und ja, auf der anderen Seite ist es aber halt auch einfach ein schönes Thema, weil man so noch ein bisschen mehr Freude in die Welt bringt einfach. Auf jeden Fall. Also wenn ich mich selbst einfach daran erinnere, wie sich das für mich anfühlt, wenn mich jemand überrascht und mir eine Freude macht, das sorgt einfach noch nachhaltig auch für gute Laune, nicht nur in dem Moment, sondern meistens noch für den ganzen Tag eigentlich. Das ist bei mir genauso, wenn ich kurz hier reinspringen darf. Du darfst. Es fühlt sich einfach gut an, wenn man anderen eine Freude macht. Und es gibt auch einen schönen Spruch, wenn du anderen eine Freude machst, spürst du sie auch in dir. Und so ist es bei mir zum Beispiel gewesen. Ich war im Supermarkt einkaufen letzte Woche und habe da eine Frau, eine ältere Frau, die hinter mir stand, gesehen mit einer einzigen Wasserflasche in der Hand. Und ich hatte den Einkaufswagen relativ voll. Und habe mich gefragt, ob sie vorkann. Er hat sich bedankt, hat sich voll gefreut, ist bei mir angekommen. Und dann, als er gegangen ist von der Kasse weg, hat er sich nochmal bedankt. Das habe ich noch nie erlebt, dass sich jemand zweimal dafür bedankt. Das ist einfach sehr schön. Das fühlt sich gut an. Und das ist erstrebenswert in meinen Augen. Ganz genau. So, das waren meine Warums. Hast du noch was zuzufügen? Ich habe noch ein anderes, weil ich dadurch weiterhin übe, fremde Menschen anzusprechen. Also es ist keine Bedingung, dass wir das mit fremden Menschen machen, muss man auch mal dazu sagen. Wir machen es auch mit bekannten Menschen, Freunden, Großeltern, Eltern, wem auch immer. Aber natürlich ist es Komfortzonen erweitern der, wenn man es mit fremden Menschen macht. Und das ist ja auch ein Ziel von uns beiden, dass wir da sozialer werden. Und uns trauen, Leute anzusprechen. Und ihnen Komplimente zu machen, wie du gesagt hast. Ja, und es ist halt wieder die Anknüpfung an das Februar-Thema. Wenn man das halt nicht einschlafen lassen möchte, dann... Ja. Genau. Und mir hilft es wieder mehr rauszuhören. Also ich bin jetzt eh den ganzen Februar draußen gewesen, was sehr, sehr geil ist. Wirklich jeden Tag. Und es wird so weitergehen. Im März wird das Wetter auch noch schöner. Also von daher ist das auch Jahreszeiten passend. Wir haben wir hoffen, dass es ein bisschen wärmer wird noch. Bestimmt. Bestimmt. Ja, und dann können wir eigentlich auch schon gleich reinspringen und ein paar Ideen geben, was man denn eigentlich alles so machen kann. Genau. Wir haben eine ganze Liste, die lesen wir euch jetzt einfach vor. Und ihr zückt den Bleistift und schreibt bitte alles mit. Nee, ihr könnt auch unter dem Post einfach lesen. Dann schreibt man das auch nochmal rein. Also ich fange mal an. Andere Menschen loben oder ihnen Komplimente machen, kann man zum Beispiel. Man kann Leuten eine Postkarte oder einen Brief schreiben, was ja heutzutage eigentlich schon eine Überraschung ist, weil meistens schreibt man ja eher E-Mails. Richtig. Anderen ohne Anlass etwas schenken. Ja, und beim Einkaufen kann man jemanden nicht nur an der Kasse vorlassen, sondern auch tragen helfen. Anderen Menschen die Tür aufhalten. Das ist auch eine coole Sache, die ich auch gern mache. Und sehr einfach. Auch wichtige Sache, älteren Leuten in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Sitzplatz anbieten. Jemanden anrufen, den man schon lange anrufen wollte. Ja, einen engen Freund oder den eigenen Partner einfach überraschen. Das ist halt dann was Spezifisches auf denjenigen zugeschnitten. Ja, muss man sich halt vorher ein bisschen überlegen. Genau. Da findet man bestimmt was beim eigenen Partner. Ansonsten ist es nicht der eigene Partner. Für jemanden da sein, ihm bewusst zuhören. Das war ein guter Tipp von der Tine, wenn wir gerade bei Partnerin sind. Ja, finde ich sehr gut. Bewusstes Zuhören, ja. Andere einfach mal zum Essen einladen. Obdachlosen etwas geben, war ein Vorschlag aus der Facebook-Gruppe von der Katrin, glaube ich. Super Sache finde ich auch. Einen Freund schreiben, was man von ihm gelernt hat und wie dankbar man ihm dafür ist. Weil das ist ja, also ich sage es jetzt mal von mir, das sind ja so die Dinge, die man zwar weiß oft, aber eigentlich kaum Feedback dazu gibt. Da hast du mal eine ziemlich gute Aktion gestartet, kann ich mich erinnern, wo du gesagt hast, schreibt mir mal, was ihr in dem und dem Thema über mich denkt, also an deine Freunde. Genau, ja, das war von der anderen Seite her. Das ist andersrum gedacht. Das war gefragt, aber wenn man dann jemanden noch damit überrascht, dass man es ihm einfach gibt, wenn es positive Dinge sind, da wird sich sicher jeder drüber freuen. Okay, weiter. Einen anderen Verkehrsteilnehmer vorlassen, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, wie auch immer. Mit dem Fahrrad ist es manchmal sehr ratsam, das zu tun, da macht man sich manchmal selber eine Freude damit. Nee, aber allgemein. Einfach mal einen Kuchen backen und seinen Kollegen in der Arbeit mitbringen, auch ohne Anlass, einfach so. Wenn man eigene Produkte anbietet, sei es im Internet, sei es in einem Geschäft, dann einfach mal eine Verlosung machen an seine Kunden und sagen, ich habe so und so viel hier, die ich euch schenke. Ich mache euch eine Freude damit. Genau. Dann seinen Kindern oder dem Partner das Lieblingsessen kochen. Dem Haustier das Lieblingsleckerli kaufen, zum Beispiel dem Hund. Ja, was wir schon hatten, Leute eben an der Kasse vorlassen. Anderen in einem Bereich helfen, wo man sehr, sehr gut ist, zum Beispiel, wenn man gut stricken kann, anderen Leuten stricken beibringen oder kochen, PC-Bedienung, you name it. Also dazu fällt mir auch ein, da gibt es ja ganz oft Dinge, wo man in Gesprächen immer so sagt, ja, lass uns mal was machen, da helfe ich dir mal, aber nie einen konkreten Zeitpunkt festsetzt. Und das wäre jetzt dann quasi so die Gelegenheit, das dann auch mal nachzuholen. Genau, und da gibt es ja auch eine gute Seite, die wir beide kennen, zeit-statt-zeug.de. Da kann man auch mal so einen Gutschein erstellen, mit Bindestrich geschrieben, zeit-statt-zeug.de. Da kann man so einen Gutschein generieren und dem anderen den schenken und da ist auch ein verbindliches Datum dann drauf. Ich mache das da und da und dann macht ein Termin aus und macht das an dem Tag. Ja, weil sonst ist es unverbindlich und dann verschiebt man es nur wieder. Aha, ja. Ja, was wir eben im letzten Monat schon gemacht haben, fremde Menschen anlächeln und als Steigerung für diesen Monat dann die Menschen auch mal grüßen, sprechen zu ihnen. Dann an der Möglichkeit Leuten oder Touristen den Weg zeigen, wenn du siehst, dass die auf eine Karte schauen oder so und du dich auskennst in der Stadt, wovon man ausgeht, in deiner Heimatstadt, dann go ahead and talk to them. Genau, allgemein, man merkt es ja meistens, wenn Menschen etwas verloren in der Gegend rumlaufen. Einfach mal ansprechen und fragen, kann ich ihnen helfen? Ja, die Lieblingsmusik von seinem Partner auflegen, kann wahrscheinlich in manchen Beziehungen auch Musik sein, die einem selber ein bisschen gegen den Strich geht. Ist es bei dir so, oder? Nö, nö, nö. Okay. Das ist lustig, weil wir haben jetzt die Liste immer abwechselnd gesprochen und du hast genau die Sachen bekommen, wo du die Expertise hast mit Musik auflegen als DJ. Und ich habe zum Beispiel das mit dem Verlosen bekommen, was ich definitiv machen will. Was kommt als nächstes? Bei einem Freund oder bei den Eltern vor der Tür stehen, einfach mal so. Was bei mir schwierig ist, weil ich in Bremen keine Verwandtschaft habe, aber ja. Dabei wäre bei dir die Überraschung umso größer, wenn du Nürnberg dann aufschlägst, ohne vorher anzukündigen. Ja, und am Ende auch noch Freunde in den Monatsmob einladen. Da hat man sowohl selbst was davon, weil eben die Freunde mit dabei sind und man sich darüber austauschen kann. Und im Lächelmonat haben wir ja gesehen, dass es eigentlich ganz viel Freude den Menschen gebracht hat, die mitgemacht haben. Genau, und wir machen zu dem Anlass jetzt auch noch ein Facebook-Event. Das heißt, wenn ihr auf Facebook seid, könnt ihr auch über dieses Event dann Leute einladen. Also eure Freunde und dann sagen, hey, ihr 30 Tage jemandem eine Freude machen, bist du dabei? Fragezeichen. Genau, das ist der schnelle Weg, oder ihr macht gleich die Sache, die wir vorher schon angesprochen haben. Ihr schreibt einen Brief und erwähnt die Sache dann da drin. Das ist auch eine gute Idee. Oder ihr ruft an. Genau. Was sind sonst so deine Favoriten von der Liste, die mal jetzt durchgegangen sind? Was machst du so als erstes, zweites, drittes? Also ob ich es gleich machen werde, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber was meine Favoriten auf jeden Fall sind, jemandem bewusst zuhören. Und einem Freund sagen, was man von ihm gelernt hat und wie dankbar man dafür ist. Oder allgemein Menschen auch sagen, wofür man ihnen dankbar ist. Auch vielleicht meinen Eltern, was ich nie so ausgesprochen habe. Gute Idee. Und führt der Monat auch noch dazu, dass das Familiengefüge gestärkt wird oder in den siebten Himmel gehoben wird. Je nachdem, wie krass mal abgeht. Ja. Und ich werde es auch mit dem Brief, werde ich auch machen. Ich weiß noch nicht, an wen ich das mache. Am besten an einer Person, zu der ich kaum oder weniger Kontakt habe. Ja. Das macht Sinn. Ja. Und natürlich die Sache, mit Leuten ein Kompliment machen, fremde Menschen ansprechen, um das Thema fortzuführen. Auf jeden Fall auch. Ja, okay. Das ist das Herausforderste. Haben wir vorhin schon auch im Vorgespräch gesagt. Also für mich zumindest, wenn ich jemand ganz Fremdes ein Kompliment machen muss. Ohne davor im Gespräch zu sein. Aber dann kann man auch erst ins Gespräch kommen. Hallo. Okay. Vielleicht jetzt der beste Einstieg. Was ich mal gemacht habe, was ich jetzt auch nicht standardmäßig mache, aber was halt ein bisschen leichter ist, wie zum Beispiel der Kassierer am Supermarkt. Weil mit dem, wenn du vorne stehst an der Kasse, dann, selbst wenn du nichts redest, ist ja jetzt nichts Verwunderliches, wenn du ihn ansprichst. Das ist halt leichter, als wenn du einfach jemanden auf der Straße irgendwie gleich damit überfällst und ein Kompliment machst. Was mir gerade einfällt, also das will ich auch machen, Leute an der Supermarktkasse vorlassen, mache ich eh schon gerne. Aber das werde ich noch bewusster machen. Und was mir gerade eingefallen ist, dass man in irgendeinem Einkaufszentrum, Kaufhaus, sich einfach mal an die Tür stellt, fünf Minuten und jedem die Tür aufmacht. Das ist auch eine sehr gute Idee, ja. Spätestens zu dem Zeitpunkt, wo du dann fünf Euro in die Hand gedrückt bekommst, weißt du, es ist Zeit auch zu haben. Wenn du dann pro Minute einen Euro bekommst, dann hast du einen guten Stundenlohn. Stimmt auch wieder. Vielleicht ist das auch der Zeitpunkt, wo man dann feststellt, man sollte weitermachen. Okay, ich habe noch neun Favoriten, das werde ich auf jeden Fall machen mit denen. Einfach mal an die Tür stellen und aufhalten und lächeln dabei. Können wir auch ein Video drehen dabei vielleicht. Stimmt. Ansonsten, was ich noch machen will, Verlosung will ich machen für meine Sinssprüche. Andere Menschen loben, das mache ich eh schon gern. Einfach so, das fällt mir immer auf, dass ich mir auf die Schulter klopfen möchte. Aber das mache ich noch mehr, bewusster. Und Menschen anrufen, die ich schon lange mal anrufen wollte. Das ist auch noch eine Sache. Ich habe mir zu wenig Zeit genommen in den letzten Jahren, kann man schon fast sagen, um alte Bekanntschaften aufrechtzuerhalten. Also es sind einige wenige, die noch da sind, aber viele so ein bisschen im Sand verlaufen, weil man sich nicht gemeldet hat. Also es ist ja nicht bloß ich, sondern... Aber ich bin jetzt derjenige, der das vorantreiben will. Oder zumindest mal Hallo sagen will wieder. Oh, das war mein Ball hier. Okay, was haben wir noch für Tipps? Ein Tipp ist, dass du mit leichten Dingen beginnst und dich dann langsam steigerst. Weil es ist schon wichtig, dass es von Herzen kommt, was du gibst dem anderen. Weil wenn du da irgendwie was Unrealistisches zum Einstieg versuchst zu machen und da nicht voll dahinter stehst, dann ist es nicht gut, wenn es in die Hose geht. Also lieber leicht beginnen und dann steigern. Und es von Herzen kommen lassen. Auch überlegen, was kommt denn bei dir von Herzen. Und wenn es, ja, am besten wäre es natürlich, du machst anderen eine Freude, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Eine Gegenleistung ist in gewisser Weise auch wieder eine Abhängigkeit. Und, ja, wenn du einfach gibst, ist es auch viel, viel, also du baust, man baut ja auch wieder Druck auf, wenn man einfach erwartet irgendwas von dem anderen. Und da hat man ja selber einfach weniger davon. Wenn man einfach gibt und sieht, wie sich der andere freut, kriegt man eigentlich schon viel zurück. Genau, und man kann ja nie beeinflussen, wie der andere gerade drauf ist. Das weiß man ja nicht unbedingt. Und wenn er dann schlecht drauf ist, dann gibt er halt einem kein Danke oder so. Das muss man einfach abhaken und weitermachen. Ja, manchmal reicht ja auch schon ein Lächeln. Genau, und wahrscheinlich kommt es auf lange Frist dann gesehen doch wieder zurück zu einem. Genau, also ich glaube da zumindest dran. Ich auch. Ziel, um das noch deutlich zu formulieren, Ziel ist jeden Tag einem anderen Menschen eine Freude zu machen. Und da der Merz 31 Tage hat, habe ich zumindest für mich das Ziel, das wirklich 31 Mal zu machen. Und einen Haark halt zu machen. Und messen tue ich das, indem mir der andere halt sagt, ob er sich freut. Also in einem Telefongespräch ist es ja nicht ausgeschlossen, dass der andere sagt, hey, ich freue mich, dass du anrufst. Oder das halt einfach zurücklächelt. Und ich meine, die Leute werden jetzt nicht sagen, wenn du in die Tür aufhältst, ich freue mich, dass du in die Tür aufhältst. Das kann zwar vorkommen, aber da reicht ja dann auch ein Lächeln als Bestätigung, dass man was Gutes gemacht hat. Oder einfach in sich reinfühlen, wie der andere fühlt. Das geht auch. Genau. Und ich ermutige nochmal jeden, dass er sich einen Umsetzungspartner dafür sucht. Wir haben die Umsetzungspartnerschaft, der Alex und ich. Deswegen müssen wir uns keinen suchen. Aber viele in der Gruppe haben vermutlich keinen. Und traut euch ruhig, das ist keine Schande, wenn ihr da postet. Ich suche einen Umsetzungspartner. Dafür ist genau die Gruppe da. Wir sind alle irgendwo Umsetzungspartner. Und sucht euch aber noch einen Konkreten, damit ihr euch dann im Wochenrhythmus mindestens austauscht mit dem. Oder sogar im Tagesrhythmus, noch besser. Kurz SMS schreiben, kurze E-Mail, kurz telefonieren. Da kann es eben auch hilfreich sein, einen Freund zum Monatsmob zu bringen. Genau. Und schreibt euch am Anfang das Warum auf. Das haben wir jetzt nicht so deutlich erwähnt heute, dass ihr das natürlich auch machen sollt. Aber so ist es. Also schreibt euch auf, warum ihr das machen wollt. Und falls ihr Durchhänge habt, lest euch das Warum nochmal durch. Dann bleibt ihr auch dran. Ja. Und das ist eigentlich mit die größte Motivation, die man haben kann. Ja. Zu wissen, warum man es tut. That's right. Ja. Und was uns auch freuen würde, wenn ihr jemandem eine Freude macht und es gibt irgendwas, was man dabei fotografieren kann. Also ihr kocht für jemanden oder ihr habt jemandem was gebastelt, schenkt ihm irgendwas. Würden wir uns freuen, wenn ihr dazu auch ein Bild in die Gruppe postet. Ja. So ist es. Eine super Sache. Wir haben in den letzten Monaten zu wenig Bilder gepostet. Waren auch Themen, wo man nicht viele Bilder posten konnte zum Teil. Ja. Beim Lächeln ist es schwierig. Und beim Meditieren ist es auch schwierig und so. Deswegen. Auf geht's. Bilder post. Und ja, was haben wir noch zu sagen? Abschließende Worte. Wir freuen uns drauf, wie immer. Mhm. Und vielleicht noch ein Zitat hier an der Stelle. Freude ist wie ein Stein, der ins Wasser geworfen immer größere Kreise zieht. Das finde ich ein schönes Schlusswort. Monatsmob. 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 Vielen Dank.